Der GD Plus 4 ist im Studio eingetroffen und hat direkt losgedruckt. Den habe ich in der Mittagspause schnell aufgebaut und zusammengebaut und kalibriert und dann konnte am Nachmittag schon ein bisschen losdrucken. Macht einen sehr guten Eindruck, die ersten Drucke. Die Filamentrolle oben, Zuführung links, geil, das ist so cool. 305 x 305 x 280 ist das Bildvolumen und das kann man auch schön dann ausnutzen über die ganze Platte. Hier hinten wird die Nozzle abgestriffen an diesem Silikon und rechts ist nochmal so eine Anti-Ousing-Plattform, dass die Nozzle beim Aufheizen nicht ausläuft. Der Layer, darüber brauchen wir uns gar nicht unterhalten, der macht das einfach grandios. Hat da auch im Standardprofil bis 500 mm die Sekunde losgelegt, macht das echt top. Kann mich nicht beschweren. Die Glastür vorne kann man schließen, logischerweise genauso die Glasplatte oben. Beim PLA drucken sollte man sie aber eher runterholen, damit da die Hitze nicht staut. Die Verarbeitung ist ein Panzer, das ist GD-typisch und die Griffe machen es einfach zum Transportieren. Die Layer und die Qualität, das seht ihr hier nochmal, der First Layer, die Oberflächen, einfach top. Die ersten Print-in-Place-Modelle gedruckt, die Maßhaltigkeit passt auch, out of the box, muss man nichts groß nachkalibrieren, alles Standardprofile und einfach ein tolles Ergebnis. Das Display geht auch in Standby, das ist nur ein bisschen energiesparender und alles in allem einfach ein toller Drucker. Auch wenn es aussieht wie Metall, ist es alles Kunststoff, aber oben in der Ecke ist eine 1080p Webcam und damit kannst du richtig schöne Timelapses machen, das zeige ich aber noch.